Im Namen der beiden Chöre, der Wettkuckersänger unter der Leitung von Gelina Raikan und den Männern der Prognosen der Leitung von Heidi Nieten, begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Konzert-Opern-Chöre. Unterstützt werden wir bei der Chöre von einem Orchester aus Rumänien, das Orchester der Ops aus Klusch in Hamburg-Zahn, das heißt auf der Schweißversicht nach Hausnburg. Und Sie sind unter Weitung vom Konzertheister, der Spahn und Stake, ex-Konzertheister in Kronstadt. Dazu werden heute Abend auch drei sehr, sehr gute Solisten zu hören sein. Es sind die St. Christina Signorescu, sopranistin, dann Konstantin Insa, der Lord und Johann Brasnas, der Bass. Und Johann Brasnas ist auch der Manager der ganzen Umfeld aus Rumänien. Soviel zu den aktuellen Eindralen. Und jetzt haben wir bereits die erste Darbietung, die Sie gehört haben von Volk und Orchester. Das war Hermann Rosenkuhl aus der Oper der Frieden der Holländer von Richard Wagner. Es folgen nun zwei Stücke heraus der Oper Garnen. Zuerst die Sinfonie an Garnen, der Angebot von Volkessel und nachher die Blumenadie mit unserem Heroin Konstantin Insa. Beides sind Stücke, die immer sehr Garnen sind, welche 1870 Uhr aufgeführt wurde. Viel Freude in einem Sohn. Beides sind Stücke, die immer sehr Garnen sind, welche 1870 Uhr aufgeführt wurde. Beides sind Stücke, die immer sehr Garnen sind, welche 1870 Uhr aufgeführt wurde. Beides sind Stücke, die immer sehr Garnen sind, welche 1870 Uhr aufgeführt wurde. Beides sind Stücke, die immer sehr Garnen sind, welche 1870 Uhr aufgeführt wurde. Beides sind Stücke, die immer sehr Garnen sind, welche 1870 Uhr aufgeführt wurde. Musik 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 Applaus 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 Als nächstes würden Sie den Sondaten holen und holen und testen aus der Gruppe Faust von Jean-Louis Rupp Die Gruppe heißt auf Deutsch eigentlich Margarente und wurde 1859 gut aufgefüllt Danach folgt der Bibelvogel auch von aus der Lübertammhäuser von Lechard Parkner Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Amen. 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 von allen, 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 allen Ecken. Musikgrüße für mich. Ich möchte uns wanken und eine kurze Wiederschau fragen. Applaus Musikgrüße für mich. Musik 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 Musik